Willkommen in der Stadt und der 600 Meter strandnahen Wohnung Rübsamen-Lüttenberg. Auf 42 Quadratmetern bietet diese Ferienunterkunft einen guten Wohnkomfort für bis zu vier Personen. In dem wohligen Schlafbereich erfahren Sie die ultimative Ruhe einer wunderschönen Nordseeinsel. Das Inselfrühstück genießen Sie bei schönem Wetter am besten im eigenen und privaten Gartenbereich. Strandkorb und Gartenmobiliar sind der Wohnung als besonderes Extra zugeordnet. Die große sonnige Südterrasse mit Blick auf Rosensträucher und Lavendel verleihen dem Urlaub einen besonderen Dort.